Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von ProfiSnap.de und ich zeige Ihnen hier einen ganz besonderen Knaller von Himmola, und zwar das Modell Comfort Master 4859, ein Sofa in Longlife Soft Marron mit elektrischer Verstellung. Sie sehen hier vier Knöpfe, ich probiere mal einen aus, aha, Möbel mit Klasse aus Deutschland übrigens, und jetzt kommt das Besondere, ich gehe in die Herzwaagestellung, ich gehe jetzt nochmal hier etwas zurück, So, und jetzt kann ich da noch etwas nach vorne gehen, mein Körperschwerpunkt senkt sich ab, die Knie liegen auf Herzniveau, damit habe ich einen verbesserten Blutrückfluss. Und kann das hier, wenn ich den richtigen Knopf finde, auch machen. Also zwei Luxusplätze auf relativ wenig Raum, ich sage Ihnen gleich, wie viel Platz Sie brauchen. Jetzt kippt der Schwerpunkt noch ab, hier kann ich mir das etwas zurückstellen, ich sage schon mal Tschüss, weil ich gleich einschlafe, weil es so bequem ist, dieses Sofa, ich schaue auch noch kurz nach, was es ist. Das ist ein Messestück und Sie brauchen 1,68 Meter nur Platz für zwei Luxusplätze, für zwei Best-Ager, die es wirklich bequem haben wollen, wäre doch das was, oder? Und man sieht es dem Sofa gar nicht an, es sieht aus wie ein ganz normales Sofa, ein Hochleder. Bodenfrei, frein gemacht, tolles Longlife-Leder. Man drückt automatisch, immer den falschen Knopf. Ich möchte Ihnen nur noch mal die Optik zeigen. So, also wirklich schön gemacht, auch mit den Nähten und vor allen Dingen auch einen hervorragenden Sitzkomfort ohne Funktion. Himmola Comfort Master, zwei Sitzer in Leder Soft Marron. Für Sie einmal ist er da. Der Erste schnappt, schnappt, schnappt und tschüss.